hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde black ops 2 mit bummel am start mit der geilen biene hier und wir spielen team das match was nehmen wir ja das müsste jetzt der dritte oder vierte part durch ich kann nicht zählen tut mir leid mal gucken was wir hier reißen werden ich hoffe doch nicht negativ ernsthaft krass wieso auch ich habe ja ich habe mir sind doch der stadt hinlegen ersetzt wieso werde ich das wieder hardcore dann kämpfen wir hier mal ein bisschen locker flockig weggeholt ja da kommt er da oben den holen wir uns jetzt erstmal auf ansage wenn er da noch steht jetzt ich jetzt ich das war das ich 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 Okay, mach hier mal ein bisschen. Ah, bin ich dumm, ich bin so dumm, da wurde nichts angezeigt. Ja, Dragonfire ist kaputt. Keine Muni mehr. Oh Gott, wie die da rumrollen. Schütze! Er ist erledigt. Waffe leer! Wir haben die Kontrolle verloren. Wir haben die Kontrolle verloren. Mhm. Mhm. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwischen. Sogar positiv. Auch der Bummel ist positiv. Ah, schon mal schön. Ach Gott, wie die Bummel jetzt rumflamen. Ach Gott. Nur weil sie nichts können. Ja, die 17 haben wir schon. Hm. Stellung. Ja. 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 Nehmen wir mal Gaunertank. Da ist noch was. Overkill haben wir. Hm. Ne. Zwölf wollen das spielen. Ja. Warum nicht? 1, 2, 3. Passt doch. Mit ArtCore Team Deathmatch. Mit Feuer frei. Mit Feuer. Mit Feuer. EMP ist eine Draht. Es geht einmal. Ich weiß nicht so. Da hab ich den Falschen getroffen, ach Gott, meine 1, 3. Wieso werde ich immer von diesem Auto getötet? Immer wieder! Oh mein Gott, man, null Skill am Start heute. Vorräte unterwegs. Eine erledigt. Arbeitsbedrohung. Bedrohung neutralisiert. Abgeschossen. Drohne erwartet Befehle. EMP gewandt. EMP gewandt! Blendsgranate gewandt! Oh! Ziemlich viel zerstärkt gerade. Au! Entschuldigung. Zack, das noch mal für euch. 7-8, hm ja, hm hm hm. Mit Ziehsuche ist er hundertprozentig. Richtig, mein Süßer. Halte ich jedenfalls wie kein getroffener Gletschlag. Sogar noch positiv. Nice. Na ja, 89 ist jetzt der heftigste Score, aber... Hm. Geht. Bummel mal wieder erster. Eine Runde geht noch. Hardcore-frei für alle. Oh, das wird ein Gewetzel. Ja, schalte einfach auf. Schalte einfach auf. Erst ab 32 bekommen wir eine cool sichere Weste. Taktikmaske ab 20. Was ist das? Hm. Ich weiß nicht. Na ja, ist ja eh Hardcore. Steht man hier schnell hoch und sowas andere nicht. Nehmen wir mal eine andere mal wieder. Nehmen wir diesmal die Graffiti-Tank. Und hier nehmen wir mal die Rast. Ey, wie, da geht jetzt noch wer drauf. Ah, nice. Ah, Bummel wird bestimmt wieder alles zerfetzen einfach. Mit 18 Leuten frei für alle. Ja. Das ist mal was. Hardcore. Frei für alle. Ja. Bisschen rumcampen muss ja auch mal sein. Ach so, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Hatt ihr mich? Gestickt. Ach so, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Oh Gott. Egal. Was ist denn da? Was ist denn da? Schnell nachladen, boah. Ich muss jeden Fall. Ich muss jeden Fall Werkzeug. Glaub mir das, was ich mal gesehen habe. Ich hab auch nichts. Treffer. Ach ey, Mann. Ich würde zu kämpfen, ist auch nicht schlecht, muss man ja auch mal sagen. Ach so, 5,000 kalten aura destruktiv. Bis zum nächsten Mal. der erste bummel 26 24 18 10 ganz okay ich freue mich schon wenn ich die ein habe naja leute das war es erstmal für heute wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen hoch hoch ich sag das glaube ich immer falsch ein zornabschluss naja ja bis zum nächsten mal